hallo liebe citizens und herzlich willkommen zu diesem neuen video beziehungsweise einsteiger guide weiß ich nicht ob ich das einsteiger nennen können die alten hasen von euch werden es wahrscheinlich wissen aber ich möchte euch in diesem video einfach mal kurz zeigen wo ihr überall schiffe in game kaufen könnt beziehungsweise wo ihr schiffe mieten könnt das heißt ich fliege jetzt in diesem video die verschiedenen stationen und planeten an und zeige euch die den weg vom landen auf der jeweiligen station bis hin zu dem jeweiligen terminal beziehungsweise shop wo er dann die jeweiligen schiffe kaufen könnt ich befinde mich jetzt hier aktuell auf lesky in delamare und das ist unsere erste station und wir werden dann praktisch von station zu station reisen hier auf delamare in lewsky finden wir den teach ship shop und ich werde jetzt hier einfach mal kurz landen und euch dann wie gesagt den weg dorthin zeigen und nebenbei erzähle ich euch noch ganz kurz dass ich euch natürlich ich hoffe wenn ich es nicht vergesse unten in der video beschreibung eine liste beziehungsweise eine website verlinken werde wo genau aufgelistet ist welches schiff es praktisch in welchem shop zu kaufen gibt weil es sind natürlich relativ viele schiffe in star citizen die man in game kaufen kann denn nahezu alle die gibt es aber natürlich nicht in jedem shop also ihr könnt nicht in jedem shop alle schiffe kaufen sondern es gibt in jedem shop immer nur die gewisse art von schiffe deswegen zeige ich euch eben auch alle locations weil es hat wie gesagt auf jeder location andere schiffe gibt deswegen wenn ihr ein schiff haben wollt schaut unten in der video beschreibung in die liste dort sind dann wie gesagt entweder es ist teach ship shop new deal auf lorwell beziehungsweise astro armada auf area 18 diese drei shops gibt es und dann guckt ihr einfach hier im video wie ihr am besten dahin kommt so ich bin einfach gelandet und laufe dann natürlich hier richtung customs beziehungsweise habitations zum aufzug und werde dann einmal nach oben fahren genau to customs ist das in diesem fall hier warum da auch to lobby steht weiß ich gar nicht glaube ich ein kleiner fehler mit 3.12 gerade frisch die neuen panels reingekommen deswegen kann sein dass das vielleicht noch ein fehler ist genau und zum ship shop müssen wir gar nicht weit denn wir laufen eigentlich nur hier rüber und dann haben wir hier schon teach ship shop und müssen da nämlich dann wieder mit dem aufzug nach unten fahren denn in lesky ist der ship shop nämlich in so einem alten hangar eingebaut ich kann mal ganz kurz runter laufen ich mache das jetzt nur einmal so die anderen shops gehen ein bisschen schneller genau wir haben ja auch ein paar schiffe stehen ihr habt immer die möglichkeit wenn ihr schiffe irgendwo stehen seht einfach hier drauf zu gehen und die dann zu kaufen wenn ihr das haben wollt aber an sich stehen praktisch an jedem ship shop auch immer diese terminals wie es zum beispiel hier oben der fall ist und an diesen terminals könnt ihr dann praktisch die schiffe kaufen ist jetzt hier einmal einmal kurz durch damit ihr mal kurz seht was die schiffe so kosten was es hier so gibt aber wie gesagt im endeffekt schaut euch dann unten auch einfach mal die liste an dann findet ihr es deutlich schneller wahrscheinlich zu mieten gibt es auf lorville keine schiffe sondern hier gibt es tatsächlich nur einen shop bei den anderen stationen scheint zeige ich euch natürlich dann auch noch die rentals so ich lande gerade im sonnenuntergang von lorville denn dort finden wir unseren nächsten shop nämlich den new deal handler wie gesagt wir landen erst einmal im tesa spaceport jetzt mal kurz hier halbwegs konzentriert landen ups da hat es kurz meinen hangar weggepackt so zack genau denn sowohl in lorville können wir auch schiffe kaufen und schiffe mieten wir fahren natürlich erst einmal wie immer mit dem elevator hier in diesem fall zum tesa spaceport hoch so wir haben es dann auch gar nicht wirklich weit denn wenn wir hier rauskommen sehen wir schon gleich die rentals und hier natürlich auch die konsole wenn sie den markt genau ich scroll einmal kurz durch durch die mieteschiffe und auch zum new deal handler haben wir es nicht weit denn er ist hier gleich rechts um die ecke weiter dafür müssen wir einmal hier hoch und dann sehen wir schon hier ein new deal handler kleine besonderheit hier haben wir auch so ein bisschen eine ausstellung mit dabei genauso wie eigentlich auch ein lefsky jetzt wird es gerade ein bisschen dunkel sieht man hier nicht wirklich viel ne aber hier sehen wir dann zum beispiel auch die constellation phoenix die hammer hat die hier steht hier ist eine äh äh was ist denn da muss dann hätten sie mal ein paar lampen reinbauen können in den hobel hier siehst du ja gar nichts ne hier im außenbereich und hier drin haben wir dann auch noch mal ein paar ausstellungsstücke und hier befindet sich dann auch schon die konsole für alle schiffe genau auch hier einmal kurz vor euch den durchscroller ich hier gibt es tatsächlich relativ viele schiffe ich glaube lowell ist tatsächlich der platz mit den meisten schiffen zu kaufen würde ich jetzt einfach mal so glaube ich behaupten also ihr seht schon diese liste ist lange da war es genau das war der kleine noodle handle ihr könnt natürlich auch die schiffe und so hier auch betreten na wenn ihr euch mal was von innen anschauen wollt schaut gern mal hier auf lowell vorbei so angekommen auf area 18 ich versuche hier gerade einmal wie immer geschmeidig wie an eine gazelle zu landen natürlich so was finden wir auf area 18 auf area 18 finden wir die astro armada ja das ist unser nächster unser nächster halt um für das ship shoppen und wie es natürlich immer so ist da bin ich gut gelandet da bin ich gut gelandet man ignoriert hüpfende schiff ja nicht so tragisch ich habe ja genug so natürlich wie immer fahren wir erstmal mit dem elevator hoch in die lobby natürlich beziehungsweise zum riker memorial spaceport so auch hier müssen wir wieder in naja ich nenne es mal die innenstadt fahren aber der weg ist auch relativ einfach aber wir können eigentlich zu beginn kurz einmal hier anhalten genau weil hier na möchtest du genau hier finden wir die ja die rental konsole ich kann mal ganz kurz hier einmal kurz durchscrollen dann seht ihr was es hier so grob gibt die findet ihr praktisch dann gleich hier am eingang wenn ihr reinkommt so fürs kaufen müssen wir aber wie gesagt hinter in die innenstadt dann kommt sie kurz und dann kannst du gerne auf den thinkanten so müsst ihr was es hier auch für dich ich bin So, angekommen am Harkop Plaza, laufen wir erstmal hoch zum, naja, ich nenne es jetzt einfach mal Mittelpunkt zum Marktplatz von dem kleinen Dorf hier. Genau, könnt ihr euch eigentlich relativ gut immer an die Kugel hier orientieren. Zu Astro Armada führen tatsächlich relativ viele Wege, aber dennoch ist sie relativ schwer zu finden, wie ich finde, wenn man es nicht weiß, ihr lauft dann erstmal hier rechts an der Kugel vorbei. Könnt euch am besten hier an dem vielen pinken geleuchtet hier orientieren und da lauft ihr praktisch hier einmal runter. Lauft dann einfach hier rechts herum und folgt immer weiter dem Weg. Und dann steht ihr eigentlich auch schon fast davor, ihr müsst dann nur einmal hier nochmal über die Brücke und dann stehen wir schon direkt vor der Astro Armada. So, wir laufen einmal rein und hier vorne sehen wir dann auch schon die Konsolen. Wenn sie dann funktionieren. Genau, und hier könnt ihr euch dann euer gewünschtes Schiff kaufen. Scroll jetzt hier, wie gesagt, einmal ganz kurz durch. Könnt ihr es natürlich nochmal sehen, wie gesagt, aber wie schon am Anfang gesagt, Link zu allen Schiffen, was sie kosten, wo sie es gibt, natürlich auch nochmal unten in der Videobeschreibung. So, das war's. Astro Armada auf Area 18 und wie gesagt, die RAND Konsole, gleich wenn ihr hochgekommen seid, am Anfang bei den Terminals. Nächster Halt ist Crew L1. Dies bezieht sich aber eigentlich auf alle L1 Stationen, auf die sogenannten Lagrange Stationen. Ich zeige euch das einmal ganz kurz hier. Wir haben eigentlich in jedem System oder in jedem Gebiet immer eine L1 Station. Hier ist es jetzt, wie gesagt, Crew L1. Wir haben hier noch Arc L1, genauso wie Hurl L1 und Mic L1. Und in diesen L1 befinden sich auch immer diese Stationen hier. Und das Besondere an diesen Stationen ist, an diesen Stationen sind die Refinery Decks angeschlossen. Und an den Refinery Decks könnt ihr auch seit Neuestem jetzt mit Patch 3.12 Schiffe mieten. Und das zeige ich euch jetzt natürlich auch mal ganz kurz. Landerlaubnis habe ich mir natürlich schon geholt und wir landen hier mal ganz geschwind und geschmeidig. Naja, das geschmeidig lassen wir jetzt mal ganz kurz weg. So, wir landen natürlich wie immer auf den Stationen und laufen dann einfach hinein. Also wichtig ist, wie gesagt, dass das nur in diesen L1 Stationen sind. Wenn ihr in den anderen Stationen seid, dort fehlen die Refinery Stationen. Und wenn die Refinery Stationen nicht da sind, dann fehlt leider auch der dazugehörige Shop. So, wir fahren ganz normal natürlich in die Lobby. So, dann laufen wir einmal durch zu den anderen Aufzügen. Genau, die sind hier auf dieser Seite. Das sind dann die Inner Station Transits. Und wählen dann hier einmal die Refinery aus. So, dann müssen wir einmal komplett durch die Refinery durchrasen. Nehmen wir ihn nach hinten zum Commercial Bereich. So nenne ich ihn jetzt einmal. Und zwar müssen wir dann hier in den Shop rein. Und hier könnt ihr auch verschiedene andere Sachen, die eher so Mining-lastig sind, kaufen. Uns interessieren aber natürlich hier die Rentals. Und wir klicken einmal drauf und sehen dann schon hier, dass es hier einmal den Grey Cat Rock und die Miss Prospector und die Drake Cutlass Black zu mieten gibt. So, letzter Halt. New Babbage auf Microtech. So, ich befinde mich wie immer hier im Lern-der-Anflug und es stürmt sehr hart und ich muss bremsen. Juhu. Fakt. Fast. Uiuiui. So. Ihr seht auch gleich, wie man einfach nicht landet. Aber ist egal. So. Ja, das kommt davon, wenn man nebenbei auf Aufnahme drückt und anfängt zu reden. Aber guck mal, ich habe keinen Kratzer reingemacht. Perfekt. So. Ähm. Genau, das wollte ich ja nicht gerade sagen. New Babbage. Genau. Letzter Halt. Auf New Babbage gibt es leider an sich noch keine Schiffe zu kaufen. Ich weiß nicht, warum es hier noch keinen Schiffhändler gibt. Komischerweise wurde nie eingefügt. Ich rechne mal damit, dass es vielleicht hier in den nächsten Patches auch noch einen geben wird. Ähm. Also wie gesagt, Schiffhändler haben wir leider nicht. Aber wir haben ein Rental. Und den zeige ich euch natürlich jetzt trotzdem. Und wir haben es auch gar nicht weit, denn der befindet sich auch gleich hier gegenüber von den Ship-Konsoles. Wir sehen es natürlich schon. Ship-Rentals. Und wir laufen einfach hier einmal am kleinen Pico Shop vorbei. Und dann haben wir hier auch schon die Regal Luxury Rentals. Und können einmal hier an die Konsole. Und sehen dann hier einmal die zu mietenden Schiffe. Nennt sich zwar Luxury Rentals, aber naja, ist jetzt nicht so Luxury wie es von außen aussieht. Aber naja, gibt auch hier ein paar Schiffe zu mieten. Deswegen wollte ich es euch einfach vollständigkeitshalber auch nochmal zeigen. Und das war es eigentlich auch schon mit diesem Video. Wir verabschieden mich jetzt mit einem schönen Blick auf New Babbage. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ein bisschen weitergeholfen, sodass ihr jetzt wisst, wo ihr euch denn alle Schiffe kaufen bzw. mieten könnt im Wurst und wo ihr die ganzen Shops findet. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich natürlich freuen. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare. Wenn irgendwas fehlt oder euch etwas aufgefallen ist, bin natürlich auch immer auf für Kommentare. Abo nicht vergessen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Wiederschauen und reingehauen. Gehen wir gleich. Agenda die